Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 326. Mein Name ist René Außerdem mit dabei, der Herr Marvin. Gute. Der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Und der Herr Basti. Gute und Grüße. So, wir haben Nürnberg größtenteils überstanden. Überlebt. Bis auf Dennis, der war anderweitig beschäftigt. Der hat es auch überlebt. Der hat es auch überlebt, genau. Ja, war glaube ich eine ganz runde Veranstaltung. Basti war ja dann auch noch bis zum Sonntagsspiel da. Bevor wir dazu kommen, müssen wir aber, um es chronologisch zu machen, erstmal noch über den Donnerstag davor reden. Dieses wunderbare zweite Erlebnis Heimspiel in der Euroleague. Ich hätte nicht gedacht, dass man eine Choreo nochmal so dermaßen nach oben schrauben kann. Aber das, was da ablief, das war schon ein ganz großes Kino. Mega geil, auf jeden Fall. Also ich hatte echt 20 Minuten fürchterliche Gänsehaut, als ich das gesehen habe. Und ich habe es nur am Fernsehen erlebt. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du da im Stadion stehst. Nee, das war schon herausragend. Also ich glaube, der Moment, oder die Momente, es hat sich ja wirklich ein Stück weit gezogen, ist herausragend gewesen. Ich fand auch, es hat auch halt alles wunderbar funktioniert. Und die Stimmung, Dennis, ich weiß nicht, warst du zu dem Zeitpunkt noch nüchtern? Ja, 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 ja. Fangfrage, Fangfrage. Tatsächlich, leider diesmal. Nein, also es war auf jeden Fall genial, gerade halt auch in der Hinsicht, dass, als wir dann die Übertragung auf dem Videowürfel gesehen haben und auch gesehen haben, was überhaupt sich entwickelt hat in der Kurve. Das war natürlich mega geil und nicht umsonst war dann die Freude bei dem einen oder anderen sehr groß. Warst du denn nüchtern, Marvin, als du das gesehen hast? Komplett. Ich war nüchtern, auf jeden Fall. Und habe trotzdem Gänsehaut oder gerade deswegen, je nachdem, komplett am ganzen Körper gehabt. Das waren wunderbare Momente. Wieder ein magischer Moment tatsächlich. Auf jeden Fall. Das war echt Wahnsinn. Sowas trägt dich halt auch mehrere Tage. Also diese Choreo, wie die dann auch nochmal gewechselt ist. Und Dennis hat ja gesagt, du siehst das dann so im halben Auge noch so auf dem Würfel. Man hat auch das Gefühl, wenn Leute eine Fahne in die Hand kriegen, um ein Choreo mitzugestalten, singen die auch gleichzeitig lauter. Das heißt, die Gesänge, die unter der Choreo dann sind, die sind von einer brutalen Lautstärke. Das hast du halt nicht oft dann. Das kannst du nicht vergleichen mit den normalen Heimspielen so. Und das ist schon echt geil. Dann Flutlicht ist sowieso immer irgendwie geil. Dann Europapokal. Du hast irgendwie die Chance, neun Punkte einzufahren. Also vor dem Spiel war auch, Marvin und ich haben uns ja vor dem Spiel getroffen, man muss auch sagen, die Stimmung unter, also überall zwischen uns und allen, die war vor dem Spiel auch schon irgendwie so richtig geil. Also du hast irgendwie vor dem Spiel schon, wir haben uns im Jokyokyus getroffen, du hast irgendwie vor dem Spiel schon das Gefühl gehabt, das könnte echt irgendwie was Geiles werden, weil alle Leute gut drauf waren. Es war alles lustig. Kommst im Stadion an, die Choreo. Also das war, hatte ich alles, also es war alles bereitet mit der Choreo und der Stimmung, dass das ein echt ein guter Abend werden würde und wurde es ja dann auch. Genau. Auf jeden Fall. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss meinen Hut ziehen vor all diesen Fans, die es geschafft haben, diese monstermäßige Choreo auf die Beine zu stellen. Das ist unfassbar. Das macht Eintracht Frankfurt aus. Das ist das, warum wir auch alle sagen, dass wir diese Liebe zu diesem Verein spüren und gleichzeitig aber auch diese Emotionalität haben und gleichzeitig aber auch merken, dass es so viele Leute gibt, die so mit Herzblut dabei sind. Das macht einen Moment wie diesen, einen Abend wie diesen überhaupt erst magisch. Denn allein vom Spielerischen, um es mal ketzerisch zu sagen, was jetzt gar nicht böse gemeint ist, wäre es kein magischer Abend gewesen. Aber genau in Kombination mit allem. Ich glaube auch, dass gerade in Anbetracht der Tatsache, dass die Eintracht ein bisschen schwieriger ins Spiel gekommen ist gegen Limassol, ein schwer zu spielen der Gegner, der unglaublich zäh war, der auch Bock hatte, der auch aggressiv war. Aber dass diese paar Prozent dir wirklich helfen können, durch so eine Choreo, durch diese Stimmung, dass du als Spieler warst, Alter, natürlich steht da Limassol. Aber die Fans, für die ist es Champions League hier und genau das muss ich geben. Und das finde ich, da würde ich gerne mal einhacken, bevor wir aufs Spiel kommen. Der Marvin, was der Marvin beschreibt, das treibt mir auch fast Tränen in die Augen, diese Sache, weil du hast es irgendwie, wir können es ja mit dem Pokalfinale vergleichen, wo du gemerkt hast, wie viel Elektrizität in dieser Stadt ist, wie viel Zusammenhalt auch ist, als hier alle auf den Straßen waren und so ein Kram. Und das setzt sich ja da fort. Für mich ist das so eine Fortsetzung von diesen Bildern, wo alle Menschen in ganz Frankfurt auf der Straße sind, wo es nicht einen Zwischenfall gab, wo alle zusammenhalten, wo du das Gefühl hast, Identifikation hast. Du sagst einfach, du bist Frankfurter, du bist Eintracht, egal mit wem du dich triffst. Dieses Gemeinschaftsgefühl trägt sich in diese Europa-League-Saison rein und mit diesen beiden Choreos in den beiden Heimspielen. Und wieder mal, wenn es sagt, und ich glaube tatsächlich, dass das mit dafür verantwortlich ist, dass du so ein Spiel, was nämlich auch leicht vor sich wegplätschern kann, das haben wir dann in Nürnberg gesehen, wo wir später dazu kommen, wenn eben nicht so eine Atmosphäre vielleicht mal herrscht, dass du dann plätschern, du gewinnst dann dieses Ding trotzdem. Natürlich auch ein bisschen Glück dabei, Grüße an den Torwart. Aber das will ich auch nochmal zusammenfassen. Das bedeutet mir persönlich und ich glaube den meisten auch sehr, 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 sehr viel, dass dieser Eintracht-Spirit, der ist trotzdem unvergleichlich, finde ich. Der ist so, diese Stadt Frankfurt strahlt das so ein bisschen auf die Eintracht ab, die Eintracht strahlt ein bisschen zurück ab und du hast diese Internationalität in der Stadt, diese Mannschaft, die spielen jetzt in Europa. Dann hast du echt eine der besten Fans hier in Deutschland. Das sind schon besondere Sachen. Ich glaube, das dürfen wir auch nicht unterschätzen, nur weil es für uns teilweise normal ist. Dass du irgendwie das Gefühl hast, dass du wirklich, dass wir sowas auf die Beine stellen und dass auch einigermaßen alles friedlich geblieben ist. Das ist, für mich ist das was Besonderes und das trägt mich, wie ich schon gesagt habe, das trägt mich mehrere Tage. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für einen Bock ich jetzt habe, nach Zypern zu fliegen und wirklich die Chance zu haben, dort schon das Weiterkommen klarzumachen. Hätten wir das nach dem Gladbach-Spiel, hätte mir das hier einer gesagt, hätte ich gesagt, ja klar, Leute, trinken wir ein bisschen weniger. Aber jetzt ist es tatsächlich so und wir stehen in der Liga auch ganz gut da. Ja, das muss ich kurz loswerden, weil ich mich gerade so ein bisschen wieder in diesen Donnerstag hineingefühlt habe. So, Grüße bitte auch an Stefan Reich, mit dem ich danach noch ein bisschen was trinken war, würde ich mal so sagen. Und an den Julian, der war auch noch dabei. Grüße bitte. So, dann lassen wir uns vielleicht auch nochmal zum Spielerischen kommen. Wir hatten ja letzte Woche lange über Aufstellungen hin und her diskutiert und wir haben sie, wie ich finde, ziemlich genau vorausgesagt. Aber wo wir uns eigentlich alle sicher waren, was aber dann nachher anders kam, war, dass Trab im Tor steht und es war tatsächlich dann der Herr Rönneau, der dann aber ja auch am Ende seinen Job da ganz gut gemacht hat. Naja, ja. Ja, wieso? Er hat kein Tor kassiert? Ja, ist das ein... Natürlich auch nicht so wirklich gefordert, ne? Ja, das ist richtig. Das ist das andere Thema, ja. Aber es ist doch gut zu wissen, dass es so ist, dass das gar kein großes Thema danach war, sondern es hat keiner irgendwie Angst gehabt, dass er im Tor steht. Das ist auch nicht schlimm, wenn er dann wieder nicht im Tor steht. Ich finde, die Situation so wie jetzt ist, ist für ihn vielleicht nicht optimal, aber er ist auch Profi, damit muss er umgehen. Wir hatten diesen Heinz Lindner-Vergleich auch schon. Was sollen wir jetzt machen? Wir können ja auch Trab nicht wieder wegschicken aus, weiß ich nicht, menschlichen Gründen oder irgendwas, weil er teilweise auch schon eine wichtige Rolle, glaube ich, auch mannschaftsintern spielt. Ich fand es positiv zu sehen, dass es gar keine Stimmen gab, so von wegen, oh, oh, Rönneau spielt. Weil das hatten wir auch schon. Wir hatten auch schon Ersatztorhüter, wo du denkst, oh Gott, das will, hoffentlich kommt da nicht so viel drauf. Und das ist jetzt überhaupt nicht der Fall. Und ich finde, man hat es gar nicht krass gemerkt, auch in der Abstimmung mit der Hintermannschaft, vielleicht an kleinen Stellen. Aber meine Güte, es ist doch positiv, wenn es eigentlich nicht viel zu besprechen gibt über so eine Thematik. Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Und ich finde es halt insofern auch eigentlich ziemlich gut, dass das bei diesem Spiel gemacht wurde. Und ich denke, das ist auf jeden Fall der richtige Moment gewesen, um zu sagen, da kann ich auf den dänischen Nationaltorhüter setzen, in anderen Partien dann wieder das anders machen. Und es sorgt ja auch für das Vertrauen von ihm in diese Mannschaft und, glaube ich, auch in den Trainer, dass er merkt, dass er halt nah an der Mannschaft ist. Ja, das stimmt. Kostet, dass er das Ding gemacht hat, aber das war halt auch eher so, da war dieses sprichwörtliche Glück dann doch so ein bisschen dabei. Ja, das war, du hast erst diese, eigentlich diese Wut drin, in die gab es zu sagen, was war das für ein Schüsschen, zu denken. Im Stadion gerade auch, ne? Da ist man richtig so, ach, was war denn das für ein Mist, aus der Show, gar nichts gemacht und auf einmal Torjubel. Richtig, richtig verrückt, ja. Ich konnte auch nicht glauben, dass er diesen, selbst gut von hinten, von der Fanco, warst du es nicht so genau gesehen, die Geschwindigkeit des Balles. Aber so ein bisschen, das sah trotzdem nicht so aus, also es sah, du hast zwar am ansetzten erkannt, dass er durchgeht, aber ich hätte im Leben nicht gedacht, dass der über die Linie geht. Das war eher wie so eine Situation, wie jetzt Trappe Nürnberg hatte, dass plötzlich der Torjubel angeht. Ich habe gedacht, stehen bald. Ja, ich war auch so ein bisschen, so ein bisschen perplex, weil ich halt auch, wie du sagst, auf dem Fernsehen gesehen habe, okay, der rutscht jetzt durch, aber war irgendwie dann nicht so richtig auf das Spiel konzentriert und in dem Moment, weißt du, wie, jetzt, äh, 1-0, hä, wie? Also es war so ein bisschen sehr skurril am Ende. Geiler Dosenöffner natürlich. Geiler Dosenöffner, dafür war da natürlich das 2-0, äh, umso geiler, wenn du die Flanke von Dicker siehst, der da, ähm, das Ding einfach im richtigen Moment in der richtigen Kurve da reinbringt und einfach wunderbar auf den Kopf von Haller, der halt auch total unbedrängt da in der Abwehr hochsteigen kann und das Ding aber auch mit einer Präzision da ins Netz köpft. Das war halt dann wieder genau das Gegenteil davon. Ja, klar, aber genau so ein Tor brauchst du halt auch. Du brauchst dieses 1-0 in dieser Art und Weise, weil du dir ja Chancen erarbeitet hast. Das ist ja auch hier wieder nicht so gewesen, als hätte der Eintracht keine Chancen zuvor gehabt, aber es war halt ein extrem enges, schwieriges Spiel und dann geht halt so ein Ding rein, aber das hat der Kostic sich halt auch verdient, das muss man auch sagen. Jemand, der seit Wochen eigentlich eine herausragende Form... Das passt der MVP der letzten Wochen, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall. Bei allen Leuten, die fünf Tore schießen, Kostic ist für mich der, wenn wir sowas in Deutschland hätten, Spieler des Monats, also finde ich. Genau, und dann... Haben wir doch. ...kommst du halt irgendwie rein und hast halt die Möglichkeiten, das dann noch weiter auszubauen, ja, aber trotzdem, klar, der Torhüter, den ich davor ja noch gelobt habe, muss man auch mal sagen, ich habe eigentlich gedacht, dass der... Ich habe gerade gesagt, Marvin hat es ein bisschen gejinxt. Ich habe mich auch daran erinnert, als es dir gefallen. Ich habe den ja zweimal, ich habe den ja sogar zweimal gelobt, ne, und im Endeffekt, ja, habe ich ziemlich ins Klo gegriffen. Kannst du nicht irgendwas über Ron Robert Zieler Gutes heute sagen? Ja, der Ron Robert, den hätte ich von der Weide mal bei der Eintracht ganz gerne gesehen, aber gut, lasst uns darüber nochmal sprechen. Naja, gut, also wir wissen doch jetzt, wie dein Tor ist, Einwurf. Einwurf zurück zum Tor und schon geht das Ding rein. Ist doch ganz einfach, haben wir doch gelernt. Im Chat schreibt gerade eben der Joe, dass das natürlich, was wir gerade machen, meckern auf hohem Niveau ist. Das kann man, glaube ich, mit Blick auf die Tabellensituation, Basti hat das ja vorhin schon gesagt, ganz klar so sagen. Wir stehen jetzt nach drei Euro-League-Spielen mit neun Punkten und einer gar hervorragenden Tordifferenz da. Da kann man sich echt nicht beschweren. Ich meine, wenn man H in der Suppe suchen will, dann kann man natürlich sagen, dass wir in dem Spiel gegen Limassol 25 Torschüsse abgegeben haben, von denen nur zwei reingegangen sind. Also die Effektivität, was so Chancenauswertungen angeht, die war so semi-gutig. Ich wollte gerade sagen, das kommt doch jetzt erst noch, oder? Also gerade das ging mir schon mega auf den Sack, dass wir da, du hättest das Spiel, hättest du unnötig gefährlich machen können. Dieser Ball auch, der dann in der, ich weiß glaube ich, in der zweiten Halbzeit, wo er zweimal einen Pfosten oder den Pfosten-Latte gerettet von Russ. Also da kannst du so ein Spiel so sinnlos gefährlich nochmal machen, dann steht es 2-1 und am Ende kullert doch nochmal irgendein anderer dummer Ball rein, gehst du wirklich nur mit einem Punkt daraus. Also es hat mich schon genervt, auch ich glaube, in der ersten Halbzeit war, glaube ich, noch eine Chance von Degussmann, den er raufbringen muss, auch eine Chance von Haller in der zweiten Halbzeit, gut abgelegt, glaube ich, von Revic. Der Elfmeter, der nicht gegeben worden ist, wobei wir da auch noch nichts dafür können, aber der wäre ja auch noch da gewesen. Also es sind so ein paar Situationen gewesen, es ist schon schade, weil gerade diese Effektivität, die haben wir ja die letzten Wochen immer gelobt, haben gesagt, eigentlich die Eintracht overperformed so ein bisschen in diesem Bereich und das müssen wir uns halten, damit wir da auch weiterhin oben mitspielen. Es ist einfach ein bisschen schade, dass wir dann doch teilweise diese Konsequenz, die wir in den letzten Spielen immer so doch durchgesetzt haben, in dem Spiel nicht ganz abrufen konnten. Und leider natürlich auch, obwohl Nürnberg kommen wir jetzt später dazu, bleiben wir erstmal bei Limassol. Es ist eine Problematik, die hoffentlich nicht irgendwie jetzt sich selbstläufermäßig weiter so entwickelt, sondern wir müssen jetzt einfach gucken, solange wir uns die Chancen erspielen, ist sowieso alles gut. Aber Effektivität ist natürlich auch was Wichtiges. Das wäre das, wo ich eigentlich erst zum Meckern kam. Am Anfang fand ich, war mir doch ganz zufrieden und lieb. Also für mich fällt das Ding halt ganz klar unter das Label Arbeitssieg. Wir haben die Punkte gebraucht, wir haben die Punkte geholt. Es war jetzt vielleicht spielerisch jetzt nicht so, dass du irgendwie alle drei Sekunden hingucken musstest, weil du irgendwie das nächste Wundertor zu bestaunen hattest, aber das Ergebnis am Ende hat gepasst. Und dass irgendwann so die Kurve kommt, wo wir sagen, okay, da passt halt jetzt nicht mehr alles so 100 Prozent ineinander, das war jetzt auch zu erwarten. Ja, und da ist es mir lieber, wir reden hier immer noch über ein 2-0, wo wir halt sagen, okay, wir haben von 25 Toren nur zwei gemacht, als dass wir sagen, wir haben kein einziges Mal aufs Tor geschossen und nachher drei kassiert. Ich wollte gerade sagen, was den Dennis Sauer gemacht hat, hat mich eher erleichtert, weil diese Streuung dann einfach da ist. Wie du sagst, René, das passiert dann halt einfach auch mal, aber Hauptsache du hast Chancen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste im Fußball, dass du Chancen hast. Manchmal gehen die rein, manchmal nicht, aber mich hat das eigentlich zufrieden gemacht in dem Sinne, dass ich nach dem Spiel, und das ist natürlich auch der Euphorie geschuldet, aber der Tenor im Gespräch nach dem Spiel war ganz oft, in der aktuellen Phase, in der sich der Eintracht gerade befindet und wie die Europa-League-Saison gestaltet, ist die Eintracht eine Spitzenmannschaft tatsächlich. Also das war, die Eintracht hat dieses Spiel wie eine Spitzenmannschaft gewonnen. Natürlich ein paar Chancen vergeben, aber ich sah diesen Sieg eigentlich nie gefährdet. Überhaupt nicht, nicht nur am Ansatz. Das hat mir gezeigt, die Masseul, unangenehmer Gegner, kannst du echt leicht ausrutschen. Dann war auch schwierig zu bespielen, wie der Marvin es gesagt hat, die waren auch giftig, man darf auch nicht unterschätzen, die waren auch nicht so schlecht. Also gerade in der Defensive waren die echt bissig auch. Und wie gesagt, was ich aus dem Spiel mitgenommen habe, ist A, diese Euphorie, um B, zu denken, ey, momentan, ich weiß natürlich, dass wir keine sind, aber momentan verhält sich die Eintracht wie eine Spitzenmannschaft. Und das fand ich geil, zumindest, dass wir das auch mal kurzfristig zumindest sagen könnten. Grüße. Und das ist halt genau der Punkt. Denn natürlich, 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 natürlich sind die mega gefährlich. Denn die haben doch auch gar nicht schlecht gegen Marseille gespielt. Die haben nicht umsonst noch ein spätes Unentschieden da gerückt. Die haben gegen Lazio kein schlechtes Spiel gemacht. Und ganz ehrlich, das ist ja genau die Gefahr gewesen. Denn hätten wir kurz vor knapp noch diese eine gefährliche Situation gegen uns entschieden gehabt. Also hier, da gab es ja noch eine ganz gefährliche Situation. Wäre es dann 2-1 gestanden und nicht 2-0, dann hätte das nochmal einen negativen Vibe geben können. Gab es nicht. Umso besser. Alles cool. Aber das hat auch ein bisschen für mich auch das ganze Stadion gemerkt. Also ich glaube, es scheinbar trotz des 2-0s nicht immer komplett ruhig. Aber der Eintracht hat das, wie der Basti schon gesagt hat, dann trotzdem gut runtergespielt. Am Ende ist dann auch gar nichts mehr eskaliert. Du hast überhaupt keine Chancen mehr entstehen lassen. So muss man es machen. Und dann spielst du mal kein herausragend wunderbares Spiel, aber einen irdischen Sieg, den du holst und bist trotzdem zufrieden, weil du sagst, drei Siege musst du erst mal machen. Ja, das war definitiv so ein Spiel, wo du sehr entspannt nebenbei noch auf was anderes konzentrieren konntest, wo du eigentlich nicht das Gefühl hattest, du musst jetzt irgendwie Angst haben und da 80 Minuten auf den Nägeln kauen, war was am Ende wieder verbocken. Also es war ein recht entspanntes Spiel, was man sich da mal wieder anschauen konnte. Und man kann ja auch, man kann das ja auch aufs Privatleben übertragen, man kann ja auch nicht jeden Tag saufen gehen und High Life haben und den ganzen Tag seines Lebens haben, sonst rassest du irgendwann aus und drehst durch, sondern wie der Marvin sagt, das ist genau richtig so gewesen. Weil immer diese Exzesse nach oben rauscht, das kannst du halt nicht immer haben, da sollen wir uns auch gar nicht dran gewöhnen, sondern dieser Sieg war mir fast wichtiger als das 7-1 gegen Düsseldorf, weil ich gesehen habe, ey, selbst wenn noch nicht alles glatt läuft, kriegen die das irgendwie rum und das ist für mich gut zu wissen, zu denken, okay, es kann auch ein Tor fallen, wenn Indica und der Typ ist Innenverteidiger. Also bei manchen Innenverteidigern. In 19 Jahren alter Innenverteidiger wohlgemerkt. Ja, ganz ehrlich, der Typ ist jetzt schon 20 Millionen Euro wert. Respekt an die Eintracht, dass sie den gefunden hat. Das ist grandios. Der flankt mit links da rein, da würden sich echt manche Innenverteidiger die Beine beibrechen. Und Haller ist momentan steht auch ein bisschen über den Dingen. Der Topscorer der Bundesliga, Leute, hallo? Also ganz ehrlich, das sind schon geile Sachen, die gerade passieren und ich wiederhole mich auch, aber Leute, saugt das auf. Das ist alles andere selbstverständlich, was gerade passiert. Angefangen von dem Pokalsieg und so weiter und so weiter. Ich werde so viel aufsaugen, wie ich davon finden kann, weil natürlich wissen wir auch, das wird nicht die nächsten Jahre so weitergehen. Das kann ich auf jeden Fall. Aber diesen Moment und diese Spiele, egal, wenn wir jetzt gleich über Nürnberg sprechen, können wir nochmal das anders beleuchten. Aber Fakt ist, dass wir das jetzt alles hier erleben können und auch alles da reinlegen und dann auch Bock haben und uns die Kehle rausschreien. Ich glaube, das müssen wir genauso mitnehmen. Deswegen, das ist ja auch einfach, dass wir dann irgendwie Bock haben, alles zu fahren, was geht und jedes Fitzelchen mitnehmen, denn wer weiß, wie lange es hält. Ja, dann lass uns doch über Nürnberg sprechen. Da waren wir ja jetzt ja quasi schon so ein bisschen auf dem Weg hin. Das war ja dann das Spiel am Sonntag 13.30 Uhr, was ich immer noch eine fürchterlich beschissene Anstoßzeit finde. Wir hatten ja im Vorfeld schon gesagt, es wird schwierig werden, weil man motiviert werden muss. Es ist ein Sonntag, es ist eben diese eben angesprochene schlechte Anstoßzeit und es ist wahrscheinlich auch noch schlechtes Wetter. Ich glaube, wir hatten alles. Und am Ende war es dann das zumindest von mir erwartete 1 zu 1. Ich möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass das genau mein Ergebnistipp letzte Woche war. Was auf dem Papier zumindest sehr ausgeglichen aussah, aber wir hatten, glaube ich, am Ende auch sehr viel, ich weiß mal, wenn du willst, es nicht hören, aber so ein bisschen Glück war schon dabei, dass das Ding da in der 92. von Haller dann da doch noch reingeht. Ansonsten hätten wir da Federn gelassen im Spiel, wo wir, glaube ich, nicht so wirklich gut aussahen. Ja, aber Nürnberg, also man darf ja die Kirche im Dorf lassen, Nürnberg hatte das auch nicht verdient. Also dieses Spiel geht eigentlich 0-0 aus und fragt sich hier... Eigentlich wird das Spiel gar nicht erst angepiffen. Ich wollte gerade, eigentlich muss dieses Spiel nochmal angepfiffen werden, zu sagen, hier Leute, nee, das war nichts, von beiden Seiten probiert es nochmal. Hier sind Leute, die haben Geld dafür bezahlt. Das war, ja, aber wir hatten es doch schon, eigentlich haben wir es genauso prognostiziert. Wir haben gesagt, das könnte das erste Spiel sein, wo die Eintracht Körner lässt. Das hast du gesehen in der mentalen Frische, in der körperlichen Frische. Wie gesagt, da kommt es noch dazu. Da geht es den Spielern ja nicht anders als uns. Ich hatte... Boah, ich saß auch dann abgedacht, er wollte dem Schwarzsch, wie kalt ist das denn? Hier ist alles nass und bläh. Und Nürnberg ist ein unangenehmer Gegner. Weil die natürlich auch, das ist immer noch ein Aufsteiger, und innerhalb ihrer begrenzten Möglichkeiten kämpfen die natürlich. Aber diese Möglichkeiten waren halt tatsächlich sehr begrenzt. Also die waren jetzt auch nicht gut. Und mit ein bisschen Glück rutscht ein Eckball von Eintracht rein. Dann kannst du da auch gewinnen. Ist halt nicht so gewesen. Meine Güte, das kennen wir alles. Aber ich muss festhalten, was ich aus dem Spiel mitnehme ist, dass so ein Spiel, die Eintracht, die immer noch, also die Eintracht, die die meisten von uns immer noch tief in sich drin kennen und eigentlich immer noch da vermuten, hätte dieses Spiel 2-0 verloren. Dann gab es ja noch die Chance dann zum 2-0. Also wie gesagt, die Eintracht hat es nicht aufgegeben. Du hast doch eben schon was Gutes angesprochen. Warst du aber dann nicht trotzdem ein Fehler? Also einmal bei der Ausstellung angefangen, aber dann auch, wenn du siehst, dass das System nicht funktioniert, dass du spielst, warum wird dann nicht gewechselt, früher gewechselt? Dann wartest du wieder bis zur 70. Minute, bis du die Spieler bringst. Warum wird dann das System nicht ein bisschen umgestellt? Du hast es gerade angesprochen, Basti. Lange Bälle vielleicht mal, na, leer vorne direkt nach der Halbzeit rein, mit langen Bällen ein bisschen füttern und auch Standards hoffen. Es war irgendwie, es wurde lange versucht, ein System durchzubringen, was überhaupt nicht funktioniert hat bei dem Spieltag. Auch gerade die Doppel-Sechs, beziehungsweise eigentlich Fernandes in dem Sinne, mit der Guzman, der sich ja dann auch immer mal hat zurückfallen lassen. Es hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Und da ist zumindest für mich die Kritik so ein bisschen, warum wird dann erst in der 70. Minute gewechselt? Warum nutzt du nicht die Zeit im Endeffekt ein bisschen früher? Den Spielern, jeder weiß, Haller ist eigentlich kein Einwechselspieler. Er hat natürlich jetzt mal schön getroffen. Er ist aber auch ein Spieler, der so ein bisschen ins Rollen kommen muss. Auch der Wechsel-Alan war jetzt für mich jetzt nicht unbedingt der super Typ, den ich da jetzt hätte spielen lassen. Vielleicht lieber Willems noch mal eine Chance gegeben, der ja eigentlich ganz ordentlich gespielt hat, auch gegen Limassol. Es ist halt auch ein bisschen schade, dass du da so spät reagiert hast. Obwohl auch, denke ich, ihr alle gesehen habt, das System funktioniert nicht. Du bist in die Halbzeit gekommen. Die Spieler waren nicht so wirklich fit. Manche haben eine Ruhepause gebraucht, vielleicht auch mental, habt ihr auch schon gesagt. Es ist einfach ein bisschen schwierig. Oder wie seht ihr das? Keiner will. Nee, also ich finde, ich sehe es halt insofern grundsätzlich erstmal problematisch, dass er überhaupt auf der Bank war. Natürlich kann man rotieren. Ich glaube aber, dass gerade gegen so einen schwierigen Gegner wie Nürnberg Alerta schon wichtig ist, weil du schon weißt, dass du die nicht einfach nur aus dem spielerischen Knacken konntest. Ich glaube, das wollte die Eintracht, das hat nicht funktioniert. Ansonsten muss ich sagen, ja, Alain, die Bundesliga ist sein einziges Feld, in dem er spielen kann. Er ist nicht für die Euroleague nominiert. Da kann er nichts machen. Deswegen, er scheint relativ nah an der Mannschaft zu sein. Deswegen soll er die Chance halt auch bekommen. Und das finde ich ja vom Trainer auch grundsätzlich gut, dass er jetzt in dem speziellen Spiel nicht so richtig gut gespielt hat. Ja, wie zehn von elf anderen halt auch. Ja, ich finde aber, ja, das ist halt die Sache. Wir hatten es, letzte Saison hatten wir es so mit, dass wir gesagt haben, nur Ribic, nur Party. Diese Saison ist es eher so, nur Halle, nur Party. Also du hast so das Gefühl, er ist momentan wirklich ein zentraler Punkt. Als er reinkam, sah das alles ganz anders aus. Die Bälle sind auf ihn gekommen, er hat die gehalten, da konnten die Leute nachrücken, er hat die verteilt. Der spielt ja fast niemals einen Fehlpass. Der verliert auch gar keine Bälle. Das ist immer noch die unterschätzteste Stärke von ihm. Ich glaube, dem kannst du den Ball auf ein anderes Feld schicken. Der stoppt den noch irgendwie und leitet den trotzdem smooth weiter. Also das muss man schon sagen. Er hat natürlich auch unsichere Situationen, sobald er zu lange am Ball ist, muss man auch sagen. Aber das ist schon ein Killer. Und das Spielsystem von Hütter ist eher so, dass nicht Rebic der Fixpunkt ist, sondern Rebic kann auch mal draußen sein und die Eintracht gewinnt trotzdem 7-1. Und dann ist halt jetzt, mit Rebic und Jovic hat es halt in Hoffenheim, hat es in dem Sinne funktioniert, dass die Eintracht da halt echt viel Spielglück hatte. Aber von der Spielanlage und von der Hektik, die im Spiel war, waren das ähnliche Spiele. Zu sagen, du kommst nicht richtig rein ins Spiel, du hast Jovic und Rebic vorne, die ist irgendwie beide, als Fixpunktstürmer, hat es irgendwie nicht so funktioniert. Hätte natürlich auch gut gehen können, aber ich habe es trotzdem verstanden, dass Halle auf der Bank saß, weil du kannst denen halt auch nicht alle Spiele machen lassen. Ja, das ist halt so der Faktor. Das ist so dieses Ding. Wir haben ja auch diese Aufstellung gesagt, also will ich auch mal sagen, wir haben ja auch gesagt, dann lass Halle ja in der Euroleague spielen und dann spielst du mit Jovic und weil Rebic wieder da ist, spielst du in Dings. Hätte ich mir auch so vorgestellt. Aber warum wechselst du dann nicht früher? Ja, das ist das Einzige, das ist nicht eine Halbzeit. Genau, das hätte ich mir auch, habe ich eigentlich auch gedacht zu sagen, du musst in der Halbzeit das eigentlich schon machen und hier hätte Gacinovic auch schon in der Halbzeit rausgekommen. Ja, das war sehr oft. Das war wieder der alte Gacinovic, dieses, du triffst immer die falschen Entscheidungen, Digga, was ist denn? Und du hast einfach dieses Gefühl, der Typ will immer zu viel, anstatt dass er einfach mal sich so ein bisschen, dass er so ein bisschen einen auf Toni Kroos macht einfach, weil das ist eigentlich genau diese Position, so der Achter vor den zwei Sechsern, so ein bisschen Toni Kroos. Und selbst wenn die Leute immer schimpfen, der Querpass Toni, Toni Kroos ist einer der besten Mittelfeldspieler der Welt. Es ist auch manchmal klug zu wissen, dass du eben nicht immer diesen besonderen Pass spielen kannst, sondern du musst halt auch manchmal einfach ein bisschen, der braucht, irgendwie muss der vom Spiel Valrian zu sich nehmen, dass der Ruhe kriegt, weil der kann eigentlich alles. Der ist spritzig, der steht immer in guten Situationen, aber sobald er irgendwie in so eine Go-To-Situation kommt, wird er zu nervös und dann macht er Scheiße und dann regst du dich halt krass auf, weil einmal wurde er auch echt gut angespielt und dann stoppt er den Ball nicht richtig und hektikt sich da einen ab und dann denkst du, ah Digga, also es ist so ein Typ, den würdest du gerne irgendwie manchmal irgendwie kneifen, manchmal in den Arm nehmen. Ich hoffe, er kriegt das noch hin, weil dann ist er auch echt ein wichtiger Spieler und für Hütter scheint er das auch zu sein, bei aller Kritik, die von außen manchmal kommt, aber ich glaube, er ist für Hütter ein echt zentraler Spieler, auch wenn ich persönlich manchmal auf der Position Fabian mir wünschen würde, das wäre ein Spieler, der klatscht dann auf dem nassen Boden in Nürnberg, vielleicht aus 25 Metern Aufsätze rein, dann steht es auch 1-0. Das ist aber nur mein persönlicher Input. Er war gar nicht auf der Bank, ganz kurz zu Fabian, er war gar nicht auf der Bank, oder? Nein. Sorry, Mavi. Kein Problem, ich glaube, dass Gacinovic in der Tat ein ganz essentieller Spieler für Hütter ist und jemand, bei dem er auch das Vertrauen hat und aber auch auf ihn setzen will. Und ich glaube, dass Gacinovic in einer gewissen Art und Weise das momentan zu sehr zurückzahlen will und nicht diese Ruhe hat. Denn Gacinovic, wie wir alle richtig gesagt haben, und das wissen wir ja auch, das wissen wir auch von der letzten Saison, dass er ein Spieler ist, der alle Fähigkeiten hat, aber der einfach mal ein bisschen abgeklärter werden muss und nicht immer zu viel wollen, nicht immer noch eine Pirouette und auch, keine Ahnung, vielleicht spielt er dann kurz vor dem 16. auch ein bisschen Unsicherheit noch mit da rein. Werd doch mal lockerer. Mach das doch, hau mal drauf, hol dir Sicherheit durch solche Sachen. Du kannst alles am Ball, aber lass dich auch nicht, was mir auch auf den Sack geht, durch gelegentliche Pfiffe nicht irritieren. Das geht mir auch auf den Sack. Das habe ich gegen Limassol ein bisschen mitbekommen, als, ja, gerade Gacinovic, die eine oder andere Pirouette zu viel gemacht hat und da gab es schon vereinzelt Pfiffe, da denke ich auch, Leute, was ist los mit euch? Wir führen immer noch 2-0, jetzt machen wir halb lang. Ja, der Junge muss auch erst in die Saison kommen und das ist halt ein Spieler, der ein sehr großes, aber dennoch schwankendes Potenzial hat und ich finde es eigentlich cool, dass Hütter gerade in dieser Situation, wo es auch möglich ist, ihm diese Möglichkeiten offriert und ich sehe halt auch, dass Hütter genau diese Position halt auch in ihm sieht und daran auch weiterarbeiten will. Fakt ist aber, Gacinovic muss, ja, soll er bald reinnehmen, soll er, was weiß ich, morgens halt nicht die Sesamstraße gucken, damit er nicht so aufgedreht ist, sondern soll irgendwas anderes machen, ja, keine Ahnung, soll ein Ei kochen oder so und dann läuft's, ja, keine Ahnung, was die ja sonst für Möglichkeiten haben und dann, wenn er ein bisschen abgeklärter ist und dann sicherer diese Beile verteilen und selber dann auch vielleicht zum Torschuss kommen kann, dann wird er in dieser Saison noch extrem wichtig und klar, Fabian wäre diese Option, ist halt aber auch nicht eine Person, die du halt dauerhaft spielen lassen kannst, allein, weil sie halt nicht nominiert ist für die Euroleague und du da wieder gewisse Schwierigkeiten hast, gerade wenn die Gefahr besteht, dass Fabian dann sich so reinspielt, stehst du plötzlich halt ohne ihn da, wenn es ums Eingemachte in der Euroleague geht, ne? Ja, das, natürlich, es ist halt, ja, ich hätte ihn vielleicht, ja, aber das Ding ist, man muss sich da auch ein bisschen zurücknehmen, zu sagen, okay, wir sind ja eigentlich beim Training, also Fabian scheint ja auch wirklich sich ein bisschen hängen zu lassen, in dem Sinne zu sagen, okay, der kommt nicht mal mehr in den Kader, also, es scheint ja so zu sein, dass du, wenn du einigermaßen Einstellungen zeigst, und das zeigt das Beispiel Alanya, ja, weil das ist alles andere als ein herausragender Fußballer, das ist halt ein Arbeiter, und der scheint wirklich Einstellungen zu haben, sonst würde er nicht immer irgendwie, keine Ahnung, momentan gefühlt der 13. oder 14. Spieler sein, dann ist er, dann muss man da Respekt vorhaben, und Hütter ist einer, das haben wir auch gesehen, dem kannst du auch, glaube ich, nicht unterstellen, dass er Lieblingsspieler hat, ich glaube, wenn du bei dem gut spielst, spielt er, da ist er, glaube ich, opportunistisch genug, und das ist für mich gut zu sehen, deswegen habe ich da, anders als bei anderen Trainern in der Vergangenheit vielleicht, auch mehr Vertrauen, zu sagen, okay, dann wird es so sein, dass Fabian es eben nicht bringt, auch wenn ich ihn gerne manchmal sehen will. Ja. Ja. Kann man, kann man so. Das passt, glaube ich, wirklich ganz gut. Alter, warum spielt denn eigentlich Rödinghausen gegen den FC Bayern, und das sehen wir im Fernsehen, was ist eigentlich hier los? Ich gucke das jetzt nur nebenbei, das ist das uninteressanteste Kackspiel am heutigen Tag, du hast der SVW in Wiesbaden, der gegen die, äh, gegen, ähm, hier, den Zweitligisten, äh, Hamburg, Hamburg spielt, diesen anderen Zweitligistens. Ja, du hast echt, echt spannende Spiele, und dann serviert mir, wird mir so ein Mist serviert, was ist denn los? Rödinghausen interessiert auch keine Sau, du weißt das Ergebnis, dann hat Bayern noch einen Elfmeter bekommen, damit sie erst mal gut ins Match kommen, ja, was ist denn, also, das geht mir auf die Eier, meine Güte, könnt ihr euch nichts Besseres einfallen lassen, als jedes depperte Match des FC Bayern zu übertragen, welche Spannung ist denn dabei? Das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an die Diskussion, die ich bei 93 heute, äh, gehört habe, da, wenn du dann auf den Morgen gespielt, da guckst, wird's noch viel spannender. Ich hatte noch, ich will gerade sagen, kommen wir bei den Dumpenschwätzern dazu, weil ich habe denjenigen, glaube ich, Intendanten von der ARD, der das, oh Gott, recht, recht, rechtfertigen will, äh, habe ich, äh, nominiert. Ja, gut. End it's on. End it's on. Dann lasst uns da nachher nochmal drüber reden. Ich glaube, zu Nürnberg haben wir jetzt auch mehr oder weniger schon, ähm, alles gesagt, und dann kommen wir dann gleich zu Stuttgart, bevor wir zu Stuttgart kommen, müssen wir aber natürlich, äh, der chronologischen Pflicht nach, mal auf die aktuellen Geschehnisse schauen, ähm, zum einen, Toro wird, nach aller Wahrscheinlichkeit, die nächsten vier Wochen ausfallen, der hat eine Schambeinentzündung, das braucht sie jetzt natürlich auch gerade so, wie so ein Loch im Kopf. Ja, ein sehr wichtiger Spieler, den ich auch einem Fernandes immer vorgezogen hätte, weil er für mich einfach mehr Spielintelligenz besitzt, aber, gut, da müssen wir jetzt irgendwie durch, hoffen wir mal, dass es bei den vier Wochen am Ende dann bleibt. Und er vielleicht nach dieser, dieser Länderspielpause, die ja jetzt auch demnächst schon wieder ansteht, ich habe mich auch gefragt, was der Rotz schon wieder soll, aber na gut, ähm, dann vielleicht da ist. Und dann gibt es noch dieses andere, äh, Aufregerthema. Ähm, es ist jetzt gestern, war glaube ich gestern bekannt gegeben worden, wie viele Karten die Eintracht tatsächlich für das Auswärtsspiel in Rom bekommt. Und es sind, äh, keine 20, keine 10, sondern 5800 Karten. Und das ist schon sehr, sehr wenig. Ja, liegt aber ja angeblich nicht an, äh, den Römern, sondern an der, also nicht an, sozusagen, Lazio Rom, sondern an den Sicherheitsbehörden, der Stadt, und was weiß ich, wer da alles dann mit in dem Gremium sitzt, äh, die eben sich dafür ausgesprochen haben, eine Minimalkontingentierung, beziehungsweise, Das ist ja noch nicht mal minimal. Ein bisschen mehr. Es ist, genau, also die Vorgabe, ich hatte dafür nochmal nachgelesen, die Vorgabe der UEFA ist, dass man auf jeden Fall 5% der vorhandenen Plätze dem Gast zur Verfügung stellen muss. Das wären in dem Fall rund 3600 gewesen. Da ist man jetzt schon ein bisschen drüber. Die Begründung ist eben, ja, äh, Sicherheitsthematiken, was ja, glaube ich, auch mit Blick auf, äh, welche Fans, welcher, äh, Richtung angehören, auch gar nicht so unwahrscheinlich ist, aber man führt da natürlich auch so ein gewisser Maße an, dass es bei den letzten Spielen in der Euroleague, bei den Heimspielen der Eintracht, ja auch zu, ja, Vorkommnissen kam, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, da reden wir von irgendwie 30 Leuten, die irgendwie den Schuss nicht gehört haben, dafür dann aber irgendwie 10.000 am Ende des Tages, äh, so ein bisschen in den Arsch gekniffen sind, von denen ja auch schon ein Großteil Reisemittel gebucht habe und unter Umständen da auch nicht mehr von weg kommen. Also das wird noch ein spannendes Ding, weil jetzt wird man meiner Meinung nach die Situation haben, dass du nachher knapp 6.000 Eintracht-Fans im Stadion hast, wo es ja auch gar nicht so einfach ist reinzukommen, weil du ja diesen, ähm, Personalisierung, diese Personalisierung, du brauchst doch, glaube ich, irgendwie ist das nicht so ein, Fan-Ausweis, Fan-Ausweis, genau, danke, das war das Foto, das mir nicht einfiel, das heißt, da hast du 6.000 Leute, die irgendwie im Stadion rumrennen und du wirst irgendwie 8.000 bis 15.000 Eintrachtler haben, die da in der Stadt rumrennen und dass es dann zu Knallereien kommt, das ist sogar noch wahrscheinlicher, als wenn du sie alle irgendwie auf einem Platz hast. Ja, deshalb hatte ja, glaube ich, Peter Fischer gestern, war es im Interview, oder? Hatte er ja nochmal dran appelliert, äh, nicht hinzufahren, weil, wie gesagt, die Fans von Rom eher so rechtsorientiert sind und ist da ja auch in der Vergangenheit schon bei Aufeinandertreffen anderer Fan-Lager nicht immer so anschaulich. Die Messer fliegen tief, die Messer fliegen tief, ja. Ja, ich verstehe es trotzdem nicht. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ist es dann besser, dass 5.000, dass einer von den 5.600 verletzt wird, oder was? Also, was ist da, die Begründung ist ja, zu sagen, ja, wir wollen euch beschützen und die 5.600, die hin dürfen nicht, oder was? Also, ich weiß nicht, was soll so eine Risikominimierung sein, oder wie, oder was? Also, ich kapiere es nicht ganz. Meinst du jetzt die Aussage von Fischer oder die Aussage von der Stadt Rom? Nee, die Stadt Rom, die sagt hier Sicherheitsbedenken. Also, ich glaube, die Wärts zusammen entschieden, Polizei und Politik. Ja. Haben das irgendwie zusammen beschlossen. Ja, super, das ist auch wieder, die sind wieder so fern, was, da kann man auch ganz tolle Bilder, könnte man da produzieren und du kannst es doch irgendwie auch klären. Weiß ich nicht, du kannst Eintracht-Fans vorm Spiel irgendwie, keine Ahnung, zwei Stunden vor dem Block lassen und dann hältst du die halt nach dem Spiel nochmal eine Stunde fest. Das kennt man ja auch alles. aber das ist der nächste Downer, der diese Europa-League-Saison zumindest bei den Auswärtsspielen mit sich führt. Also, es ist so nervig, du hast Marseille gehabt, Zypern ist jetzt auch von den Kapazitäten beschränkt, wie viele da hinfliegen können. Da hätte ich vielleicht mehr Karten gekriegt, aber dann kann nicht jeder hin. Rom war dann dieses Ding, wo jeder sagt, okay, jetzt buche ich Rom. Jeder, den ich kenne, hat Rom gebucht. Also, das sind mindestens 12.000 Leute, das ist das Doppelte einfach und die sind ja jetzt da. Du kommst ja auch aus so einer Flugreise nicht so einfach raus. Ja, besonders wenn du halt so günstige Flieger mit günstigen Freisen nimmst. Dann ist das Geld halt weg. Ich das zum Beispiel auch gemacht habe, ja. Ja, ich auch. Also, das Ding ist, ja, ich habe halt Glück, dass ich eine Karte habe, aber das ist ja blöd. Weißt du, du kannst ja nicht dann denken, oh Gott, jetzt habe ich ja Pech gehabt und aus Sicherheitsgründen lasse ich hier meinen 180-Euro-Flug verfallen. So, es ist halt echt, die Leute haben es ja vorher gebucht, das ist ja nicht so. Du musst es ja vorher buchen, weil zu dem Zeitpunkt, wo es die Karte gibt, hast du entweder nichts mehr oder du musst halt auch irgendwie locker das Achtfache bezahlen. Also in dem Moment, wo klar war, wann das in etwa stattfinden wird, haut doch da jeder auf den Buchen-Button. Ja, und da würde ich mir wünschen, dass Sicherheitsaspekte, natürlich betrachten die das aus einer anderen Sicht als ich, das verstehe ich auch, weil wenn du dann irgendein Typ da bist, der da verantwortlich ist und dann passiert was, dann bist du nämlich derjenige, der seinen Kopf hinhalten muss. Das verstehe ich ja auch. Nur dann ist es so eine merkwürdige Kompromisslösung, die hilft denen ja auch nicht, weil wenn von den 5.800 sich 10 Leute irgendwie abgestochen werden, dann ist es genauso schlimm, wie wenn 10 Leute unter 20.000 abgestochen werden. Das ist ja nicht, das verhindert es ja nicht. Und wie du es gesagt hast, René, im Endeffekt ist es sogar kontraproduktiv, weil dann hängt die andere Hälfte irgendwo draußen rum. Das wollen die ja auch nicht. Das wird passieren. Also die Stadt wird voll sein. Definitiv. Ja toll, aber das ist ja für die Fans auch blöd, die dann denken, okay, nach allem, was man jetzt so hört und wenn man sich so ein bisschen früher damit beschäftigt, weiß man das ja sowieso, dass Lazio-Fanszene eine der wenig sympathischeren ist, die in Europa so umfährt. Und das weiß man und da fühlst du dich ja dann, wenn du dann in der Stadt bist, auch nicht so wohl. In Marseille war das vielleicht für die Leute dann da entspannter für die Pauna. Aber in Rom, wenn, sagen wir mal, du bist in Rom, kommst du nicht ins Stadion und denkst, okay, komm, dann gehen wir mal in die Innenstadt und gucken, ob wir eine Kneipe finden. Ja, da guckst du glaube ich schon ab und zu nach links, rechts, ob jetzt gleich irgendwelche Stühle auf dich fliegen oder sonst irgendwas. Da hätte ich es echt besser gefunden, wenn die es so machen, dass die vielleicht, keine Ahnung, ein Fanfest veranstalten, wo ein abgesperrter Bereich ist, so wie beim Pokalfinale. Ja, genau. Okay, du machst Polizei drumherum, das ist hier ein abgesperrter Bereich, das ist im Endeffekt, brauchst du quasi ein Eintracht-Trikot als Eintrittskarte in Anführungszeichen oder irgendwas oder die Gästeblockkarte und dann bist du halt da drin und dann können die Leute von diesem Fanfest, von diesem Treffpunkt zum Stadion bringen, 20.000 und dann wieder zurück und dann muss man halt gucken, du kannst das eh nicht verändern, die können dich ja auch auch am Punkt haben. Ist denn wieder so ein sinnloses Stadtverbot im Gespräch? Habt ihr da was mitbekommen? Noch nicht, aber ich befürchte, dass das kommen wird. Ich befürchte auch, dass das kommen wird. Das Einzige, was ich noch gelesen habe, was ich auch nicht wusste, ist, dass in Rom wohl Fanmärsche zum Stadion verboten sind. Genau. Was? Echt? Ja. Also das heißt... Im Stadtgesetz drin, du darfst keinen Kollektivmarsch zum Stadion machen, und sonst wirst du eingeknastet. Also es ist alles enorm problematisch. Ey, da kommen Leute zu dir und sagen, geht weg von mir, geht weg von mir, wir sind eine Gruppe out. Ja, das könnte passieren. Du musst irgendwie auf der anderen Seite laufen. Das wird interessant. Es ist so unnötig problematisch, wie das schon wieder gemacht wird. Es ist ärgerlich, ich finde die Idee, die der Basti eben hatte mit einer Art Fan, organisiertem Fanfest, eine richtig gute Idee. Vielleicht muss auch die Eintracht sogar überlegen, dass sie das in Kooperation mit der Stadt, vielleicht mit einem Sponsor, mit einem Partner, der vielleicht irgendwie für Bier oder Apfelwein sorgt, das organisiert, um zwei Dinge, auch wenn es für die Eintracht ein riesen Mehraufwand ist. Und die haben eh genug zu tun. Aber überleg dir mal, es wäre zumindest eine Sicherungsmöglichkeit, um auf der einen Seite einigermaßen klarzustellen, dass dem Fans nichts passiert und dass du sie einigermaßen auch mit dem Eintrachtspiel in Verbindung bringst. Das heißt auch über eine Übertragung, Leinwand oder so und auf der anderen Seite du das halt dementsprechend auch kontrollieren kannst. Also das wäre vielleicht echt eine Option, die mir gehen kann, auch wenn das ein riesiger finanzieller Mehraufwand ist, den du normalerweise einfach damit gedeckelt hättest beziehungsweise nicht hättest, würde alles normal laufen und in diese 60.000-Leute-Stadion einfach die Leute reinkommen, die Bock haben. Das wäre eh mit Großbesuchzeiten, ja. Das ist nicht nur ein finanzieller Aufwand, das ist halt auch ein organisatorischer Aufwand, weil ich fast davon ausgehen würde, dass du vor Ort jetzt auch wenig, also so eine Aktion auch wenig gegen die bestürst, sondern da vermutlich die Menschen in Rom sagen würden, nee, sorgen Sie mal dafür, dass hier keine Leute kommen. Aber das kannst du halt einfach faktisch nicht. Das ist realistisch nicht machbar und am Ende werden sie sich dann wieder ausreden und sagen, ja, wir haben euch doch gesagt, ihr sollt zu Hause bleiben. Also das wird eine schwierige Nummer werden. Da wird es eh wieder auf die Fans geschoben. Ja, natürlich. Wir wissen doch alle, dass da irgendwas passiert. Eine Kleinigkeit wird das schon passieren, selbst wenn es irgendwie nur, keine Ahnung, eine Seidenschlägerei ist. Ja, selbst wenn zwei Leute irgendwie über den Kieselstein stolpern und irgendwie dem anderen Bierglas aus der Hand hauen. Ja, die Stimmung ist halt auch aufgeheizt. Das ist halt der Punkt. Aber dann noch was heizt die Stimmung ja noch mehr auf. Ich wollte gerade sagen, sie wird ja noch mehr aufgeheizt über solche Aussagen und solche Thematiken, die du da jetzt irgendwie machst. Da steht doch jetzt auch jeder Latio-Fan, ja, dann soll es immer Comedy, wenn wir uns schon vorknöpfen. Ja, also du provozierst es und du lässt es doch drauf ankommen. Und das ist doch immer der falsche Weg. Ja, es ist eine unsägliche Situation. Schade, dass es erneut der Eintracht getroffen hat, die Eintracht-Fans insbesondere. Denn ja, nach Marseille jetzt der zweite Dämpfer, ja, müssen wir halt auch einfach weiterkommen, damit wir dann irgendwann mal entschädigt werden. Denn es ist schon echt kacke. Du weißt ja, du hast potenziell drei relevante, schwierige Gegner. Du weißt natürlich nicht, ob du da eine Runde weiterkommst. Dann willst du wenigstens die drei Auswärtsspiele in voller Pracht gestalten und dann wird dir ein Stein nach dem anderen auf den Weg gelegt. Ja, Leute, es ist ärgerlich. Ich glaube aber auch hier, dass die Eintracht-Fans wieder das Beste machen werden, was möglich ist. Trotzdem hätte es ein bisschen relaxer laufen können. Im Nachhinein kann man sagen, wie sehr man sich eigentlich auch nochmal darüber ärgern muss, dass Marseille so beschissen gelaufen ist, weil am Ende wäre Marseille wahrscheinlich das relaxeste Spiel auswärts gewesen. Vielleicht gibt es noch die Chance, sorry, was ich mir gerade eingefallen ist, vielleicht gibt es die Chance noch, dass die Kontakte nach Bergamo vielleicht da Hilfe sein können. Ja, stimmt, den Punkt habe ich ja noch gegeben. Die hätten ja zumindest diesen Fanpass zum Teil, den man braucht, um sich neutrale Karten zu kaufen. Ja, da wurde ja auch schon spekuliert, ob das dann die ganze Konstellation nicht dazu führt, dass außer 6.000 Eintracht-Fans, die in der Stadt rumrennen, da nicht auch noch irgendwie ein paar hundert oder sogar tausend Bergamo-Anhänger auch noch vorbeikommen. Dann hast du da natürlich erst recht irgendwie so ein Süppchen gekocht, was dir viel Spaß bereitet. Das wäre mein größter Traum, 20.000 Eintracht-Fans, 5.000 aus Bergamo, Alter. Da bleibe ich für immer in diesem Stadion. Musst du aber also dich nie wieder rauslassen, weil das Ding von Wasserwerfern eingekesselt wird. Wahrscheinlich, ey. Gott, Gott, Gott. Nun gut. Ja, wie kommen wir jetzt von Rom nach Stuttgart? Außer mit dem Flieger. Wahrscheinlich gar nicht. Beides unsympathische Mannschaft. Beides unsympathische. Großartige Überleitung. Wir kommen von dem einen Unsympathen zum anderen. Wir spielen am Freitag 20.30 Uhr in Stuttgart, die aktuell Tabellenletzter sind. Oh-oh. Oh-oh. Waren auch die Bundesliga-Mannschaft, die in der Saison den ersten Trainer entlassen haben. Mein Tipp für die zweite Trainer-Entlassung ist übrigens der VfB Stuttgart, nur mal so am Rande. Ich habe mir das Spiel am Wochenende zeitweise gegen Hoffenheim angeguckt und dachte mir so, ach ja, 0-0, Halbzeit war ja nicht so spannend. Zwölf Minuten später hatten sie den Stuttgart dann vier Tore eingeschenkt und die waren gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, die sind nicht gerade so am optimalen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das hierzu der Gegner ist, den man haben will, weil aus meiner Erinnerung in letzter Zeit Stuttgart nicht immer das beste Flasser. Hat der bei Stuttgart nicht eine frühe rote Karte auch bekommen? Also ich weiß nicht, ob das jetzt so... Ja, in der 8. Minute, dann haben sie es trotzdem geschafft, irgendwie 30 Minuten durchzuhalten, aber in den 12 Minuten nach der Halbzeit haben sie die so dermaßen an die Wand gespielt. Andererseits war die erste Halbzeit auch ganz gut. von Stuttgart. Stuttgart ist... Das Problem ist, die Spieler bei Stuttgart sind nicht so schlecht, finde ich. Also das Problem ist natürlich, dass wir wissen, okay, das hört sich jetzt viel an, die verlieren da 4-0, das ist der neue Trainer, da gab es eh schon Stress. Ich hasse sowas, weil du weißt genau, bei denen ist jetzt die ganze Woche Hochspannung. Das heißt, dieses Eintrachtsspiel wird bei denen nicht irgendwie unterm Radar laufen, sondern da ist schon Licht drauf. Und eigentlich ist mir immer lieber, wenn wir für den Gegner so, ja, das ist der nächste Gegner halt einfach. Wir spielen jetzt gegen die Eintracht. Nicht so voller Fokus, ja. Genau, das ist nicht so, jetzt zu Hause gegen die Eintracht muss für den neuen Trainer der erste Erfolg her. Ja, dann weißt du nämlich, dann triffst du nämlich auf eine Mannschaft, die genauso motiviert ist wie Nürnberg, die aber nicht so grottenschlecht ist wie Nürnberg und dann wird es eng. also das kann schon, das wird ein echt unangenehmes Spiel, glaube ich, weil die vorheimischen Publikum, die werden mit Sicherheit diese Wut in sich tragen und auch diese Bereitschaft vor dem Publikum, das eigentlich sehr leiden musste, zu zeigen, ey Leute, wir wollen euch auf jeden Fall zeigen, dass wir kämpfen. Und wenn die dann noch ein bisschen Glück haben und ihre technischen Fähigkeiten durch ihr Selbstvertrauen wiederentdecken, dann kann das echt blöd werden. Natürlich kann das aber auch den Panel in unsere Richtung ausschlagen, wenn du dann plötzlich 1-0 führst, dann kann die Stimmung da auch ganz klar kippen, dann kannst du die auf 4-0 weghauen. Also es kann beides passieren. Haben wir auch schon in Lebensführer ein Kastanios. Ja, erstens das, aber die Sache ist halt auch die, oder davon gehe ich zumindest aus, dass sie noch anfälliger sein könnten als Nürnberg, denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das sehr, sehr wackelig gerade beim VfB ist und die haben schon mal den Trainer gewechselt. Bei Nürnberg, denen ist klar, wir haben nur diese Möglichkeit und es bringt auch jetzt nichts, großartig einen Trainer zu wechseln, weil der hat diese Mannschaft installiert, der ist dafür zuständig, dass wir aufgestiegen sind, der hat mehr Kredit, aber beim VfB, da ist momentan ein großer Scherbenhaufen und eine noch größere Verunsicherung, weil du eigentlich davon kommst, von der letzten Saison fast in die Euroleague gekommen zu sein und jetzt eigentlich dich so krass am Abwärtstrend befindest, dass die sehr, sehr wackelig sein könnten und das ist eine Chance und da zählen dann wieder die schnellen Spieler ein, die die Frankfurter Eintracht hat, wenn ein Rebic wirklich wieder zu seiner Form findet, kann das allein der Knackpunkt sein und auch Jovic muss sehr, sehr deutlich zeigen, welche Qualität er hat und dann sehe ich das positiv. Also Stuttgart ist machbar, gerade in dieser Situation, denn da brodelt alles. Das ist ja nicht nur die Mannschaft, das ist ja der ganze Hinterbereich. Ich habe mir fünf Minuten vom Doppelpass angeguckt oder zehn am Sonntag. Heide, wieder. Ja, naja gut, man kann das trotzdem mal in seiner Bewertung anfließen lassen. Da ist mir deutlich geworden, wie krass die Journalisten auch gegen dieses komplette VfB-Konstrukt gehen, wie deutlich sie eine Aversion dagegen haben, was da aufgebaut wurde und natürlich hängt das aber auch wieder mit Sponsoren zusammen, mit Leuten, die installiert wurden, denen teilweise die Fußballkompetenz abgesprochen wird. Da ist viel mehr dahinter als nur der Tabellenplatz 18. Das heißt, dieser ganze Verein ist sehr, sehr verunsichert und die Eintracht steht momentan natürlich ein bisschen auf der Acklickenbein, weil die letzten beiden Ergebnisse nicht ganz so geil waren. Also punktemäßig hat das ja auch super gepasst, aber du weißt, ihr wisst, was ich meine. Die fahren doch mit wesentlich mehr Sicherheit dahin und das musst du einfach mit. Ja, aber ich glaube schon, dass du den Stuttgartern da relativ früh einen einschenken musst, damit sie eben diese Stabilität da verlieren. Wenn das lange irgendwie so vor sich hin plätschert, dann habe ich da so ein bisschen Bauchschmerzen bei. Ja, was man vielleicht auch nicht vergessen darf, was ich eben bei Stuttgart angesprochen hatte, dass das Licht auf diesem Spiel liegt. Dadurch, dass, was ich auch positiv fand, was die Eintracht gemacht hat, dass sie nach diesem Nürnberg-Spiel nicht zufrieden waren. Also, das ist bei uns vielleicht nicht, natürlich nicht in der Schärfe, aber für unsere Verhältnisse auch so, zu sagen, okay, die Spieler haben gesagt, das war keine gute Leistung, Bobic hat es glaube ich auch gesagt. Ja, ja, Bobic krass deutlich auch, ja. Also bei uns liegt dieser Fokus auch auf diesem Spiel jetzt eine Woche lang, zu sagen, okay, wir haben jetzt nicht in Nürnberg auch noch gewonnen und kommen irgendwie beschwippst da an, sondern für uns ist es auch so, okay, in Nürnberg war so ein kleiner Abfall in der Kurve zu den Vergleichs zu den Spielen davor. Vielleicht kann das auch für uns eine Chance sein zu sagen, okay, die Mannschaft ist ja wieder voll da, Haller spielt von Anfang an und wenn du, ich glaube wirklich, wenn wir in Stuttgart 1-0 in Führung gehen, dann fallen die komplett auseinander und dann gewinnen wir da auch wirklich hoch. Was glaubt ihr denn, wie es fantechnisch aussehen wird? Ich bin mir da gerade nicht so sicher, ob die Hütte da voll werden wird. Das könnte natürlich sein, weil wir so der potenzielle, das potenzielle rote Tuch gerade so ein bisschen für die sind. Zum einen, weil wir ihnen ja durch unseren Pokalsieg dann diesen Euroleague-Platz weggenommen haben. Ist das so? Stopp, jetzt muss ich mal einhacken. Denkst du wirklich, dass wir das rote Tuch sind? Das weiß ich ja eben nicht. Die Frage stelle ich ja gerade euch. Ja, also ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, also das habe ich auch direkt nach dem Abpfiff der Bundesliga damals schon gemerkt, dass sehr, sehr viele froh waren, dass sie nicht in Europa League gehen mussten. Das wäre die Qualifikationsrunde gewesen. Stell dir mal vor, in dieser Situation hättest du dir natürlich auf der einen Seite Selbstvertrauen holen können, wäre es gut gelaufen. Wenn nicht, wäre das noch früher oder noch anders eskaliert oder du hättest jetzt die Doppelbelastung. Das wäre der zweite Teil meiner Frage gewesen. Ober, ob ihr glaubt, ob man eher froh ist, dass wir ihnen das weggenommen haben, weil sie sich dann in den ersten Minuten total zerstört hätten. Das muss man ja immer unterschiedlich sehen. Also die Verantwortlichen werden sagen, geil, ist eh ein Scheiß-Wettbewerb, wo du wahrscheinlich einfach nur die Doppelbelastung hast und die Fans werden uns natürlich hassen, aber die Verantwortlichen selbst oder die Vereinsinternen werden da schon sagen, sind wir eigentlich froh, dass wir da nicht, Marvin hat es so richtig gesagt gehabt. Es hat sich ja alles schon angedeutet, dass es nicht so ganz stimmt, dass dieses Auseinanderbrechen etc. hätte sonst vielleicht noch viel, viel früher stattgefunden. Aber ich bringe jetzt einen ganz anderen Aspekt rein. Ich glaube, das hat damit gar nichts zu tun, dass die uns hassen. Stuttgart und Frankfurt hassen sie einfach. Also das ist, ich glaube, diesen Event da. Man braucht keinen Grund, um uns zu tragen. Nee, also das ist trotzdem so ein Rivalenspiel. Also es ist aber so ein positiver Rivalenkram, so wo du denkst, okay, fährst lieber nach Stuttgart als nach Leverkusen oder Wolfsburg. So, man kann sich natürlich nicht leiden. Aber ich glaube, wenn Stuttgart sich zwischen Eintracht und Wolfsburg entscheiden müsste, würde ich immer sagen, bitte lass die Eintracht in der Bundesliga bleiben und ich genau das Gleiche. Also es ist innerhalb dieses Dinges trotzdem noch, das ist halt, für mich ist das einfach, das ist für mich einfach ein Bundesligaspiel. Von denen gibt es in der Bundesliga nicht mehr so viele. Bundesligaspiel einfach. Eintracht gegen Stuttgart, fertig, Alter. Hat sich nach Bundesliga an, ist im Optimalfall sogar Bundesliga drauf. Und sind auch Bundesligamäßig viele Zuschauer und Auswärtsfans. Ja, also Auswärtsfans mit Sicherheit, Stuttgarter werden auch eine Reihe da sein. Es ist sogar mit Freitagabend 20.30 Uhr auch sogar Bundesliga-Anstoßzeit. Also da steckt viel Bundesliga in der Partie drin. Wie Bundesligamäßig wird denn unsere Aufstellung, meine Herren? Nur Bundesligaspieler lieber René. Trapp wieder im Tor, ja, oder? Ja. Davor wieder die glücklichen drei mit Abraham, Hasebe, Nika. Ja, die glücklichen fünf schon. Kostic, Dacosta auch. Denke ich auch, ja. Was ist denn eigentlich mit Dacosta? Der ist ja in Limassol musste ja mal raus. In Nürnberg hatten wir aber eigentlich nichts mehr gemerkt, oder? Sah recht solide. Stabil. Sehr gut. Also die fünf dahinten, die funktionieren super. ist eigentlich perfekt, ja. Kostic, vielleicht braucht er irgendwann mal eine Pause. So sieht er irgendwie nicht aus, ehrlich gesagt. Hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Also da gäbe ich so den einen oder anderen, den ich da eher jetzt erstmal so ein bisschen rauslassen würde. Im Mittelfeld, ehrlich gesagt, ja, durch den Ausfall von Toro stellt sich's da fast auch schon von selber auf. Die einzige Option, die man haben könnte, ist Schendera, aber weiß ich nicht, ob mich... Ja, gut. Dadurch, dass wir ja vorhin schon gesagt haben, dass Fabian, den ich echt gerne an der Stelle mal wieder gesehen hätte, sich aber so ein bisschen leistungsmäßig so ein bisschen rausgeschoben hat, Alain, der jetzt für mich auch nicht so der Sternekicker schlechthin ist, bleibt dann nicht mehr so wahnsinnig viel Auswahl. Die wären auch viel zu offensiv, oder? Also einen Fernandes musst du dann eigentlich stellen. Fernandes musst du auf jeden Fall... Also ich gehe auch davon aus, dass auf der Doppel-6 Fernandes in der Guzman spielen. Das ist keine Ahnung. Das hat eigentlich in den letzten Spielen irgendwie ganz gut funktioniert. Jetzt kommt es aber. Jetzt haben wir noch drei Positionen. Jetzt haben wir noch drei Positionen. Gut aufgepasst. Schwierig. Kassinovic hat halt gar nicht geliefert. Das ist so... Aber das ist auch nicht die Jovic-Position. Das ist halt das Problem. Eigentlich würde ich am liebsten Jovic, Haller und Revic noch da vorne reinballern. Ja, ich auch. Ich glaube, das wird nicht gemacht. Ja. Also das war in der Tat auch eine Ausstellung, die uns der Sebastian die Woche mal geschickt hat. Der würde auch vorne mit der Dreier-Kombination aus Jovic, Rebic, Haller spielen. Der würde vielleicht auch Rebic so ein bisschen die Option geben, wieder so ein bisschen auf die Außen zu gehen. Weil ich so das Gefühl... Also ich persönlich hatte so das Gefühl, dass er da vorne so in der Zentrale nicht so glücklich agiert hat, weil es vielleicht nicht so seine optimale Position ist, aber auch, weil er halt einfach viel unterwegs war, um sich Bälle irgendwie wieder zu holen. Du war eigentlich da da vorne irgendwie unterwegs sein musst. Fällt mir zwar prinzipiell gut, aber mit Gasinovic, du hast natürlich, Gasinovic hast du in den letzten Spielen auch immer ordentlich Kilometer gelaufen. Das muss man dann auch wieder berücksichtigen. Das hast du natürlich, wenn du jetzt, ich weiß nicht, wen von den drei und dann auf diese, was ist das für eine Position? Achter ist es nicht wirklich? Zehner? Ich weiß es nicht. Wo du halt dann einen Haller zum Beispiel hier jetzt noch hinstellen willst. Also ein Rebic, ich bin da auch voll dabei. Er muss eher gucken, dass er über die Außen mit seinem Tempo kommt. In Nürnberg hat das so häufig mal nicht geklappt. Da hat er auch ein paar, ich sag mal, wo einfach die Konzentration nicht da war, ein paar Fehler gehabt. Jovic sehe ich auch normalerweise sehr gut als Abnehmer von Bällen von Haller oder auch jemand, der sich mal einen Ball holen kann. Aber so fehlt uns so ein bisschen diese Lücke zwischen de Guzman und Fernandes. Es ist mir dann fast schon zu groß. Das ist es ja. Das geht auch, eigentlich geht es nicht. Nee, also eigentlich müsstest du, wenn du da irgendwie so einen Zehnerartspieler haben willst, dann müsstest du Haller da hinstellen, damit er die Bälle halt annehmen und verteilen kann. Oder du musst ihn halt wirklich ganz vorne als Zielspieler rein und dann hast du einen Rebic und einen Jovic auf den Flügeln. Dann sind wir aber mit Kostic und da Costa halt einfach sehr, sehr flügellastig. Dann sehe ich da halt in der Mitte irgendwie Tor und Tür geöffnet. Das wird so ein bisschen, das könnte ein bisschen zu offensiv werden. Um das zu machen, musst du halt tatsächlich, dann musst du das Hüttersystem irgendwann greifen. Dafür ist es, glaube ich, wirklich noch zu früh. Das kann er vielleicht im Wintertrainingslager probieren, weil das wäre für mich die Premiumlösung, dass du Rebic und Kostic als Außenstürmer hast und Haller, Jovic vorne, zwei Sechser und eine Viererkette aus die Maus. Ja, aber da sind wir leider noch nicht. Da sind wir noch nicht. Ist auch nicht so schlimm, weil es funktioniert ja. Das heißt, dann nehmen wir halt Gacinovic wieder rein und Jovic kriegt eine Pause, weil er Nürnberg nicht so gut gespielt hat und spielt dafür dann in Nicosia wieder. Ist auch ein Ordnung. Oder halt in der Halbzeit, wenn es wirklich mal nicht funktioniert. Oder in der Halbzeit. Oder wenn Rebic sich mal wieder, das will ich auch mal sagen, wenn Rebic sich mal wieder irgendeine idiotengelbe Karte abholt. Ja, aber das ist genau der Punkt. Ich will eigentlich schon, dass Rebic da auf jeden Fall gesetzt ist, weil das wirklich, ja, ich sage es Woche für Woche, aber du merkst ja diesen Funken Genialität, den er einfach hat und den will ich eigentlich auch gegen Stuttgart sehen. Er ist der Spieler, der in schwierigen Momenten den Unterschied machen kann und dann muss er es halt auch mal wieder beweisen. Ansonsten haben wir immer noch die Möglichkeit, ihn auszuwechseln. Ja, war schön. Also wäre Gacinovic so auf der Zehner-Position und davor dann Rebic und Halea. Ja, es ist keine Optimallösung. Vielleicht muss man irgendwann mal darüber nachdenken. Ja, mit einem anderen Zehner, sage ich mal, nochmal irgendwie sich, ja, so Gedankenspiele mit einem anderen Zehner, vielleicht muss man da nochmal gucken. Aber ich denke, das sollte jetzt erst mal die Option sein. Ja, vielleicht halt doch über kurz oder lang Stendera, der da vielleicht auch mal wieder für solche Spiele eine Chance bekommt. Eigentlich ist das ohne Scheiß. Stendera hat echt lange Pech gehabt, dass in der Zeit, wo er wirklich Stammspieler war, gab es seine Position eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich seine Position. Das ist eigentlich seine Position und ich könnte mir auch vorstellen, dass er tatsächlich was wieder hinschafft. Dieser Zehner verkleidet als Achter ist eigentlich genau sein Ding, weil da braucht er nämlich nicht diese krasse Defensivschnelligkeit, sondern das ist eigentlich genau diese Toni-Kroos-Position, zu sagen, ey, du kannst von da ein bisschen alles steuern, Bälle anspiele, stoppen, die durchstecken in den Strafraum auf die Stürmer, fertig, aus. Aber gut, da ist vielleicht noch ein weiterer Weg hin und wie der Marvin es gesagt hat, weil was wir jetzt, was wir jetzt Hütter unterstellen, haben wir ja auch, als Gacinovic in der Kritik stand vor einem oder anderthalb Jahren, haben wir ja auch gefordert, lass den durchspielen und man muss auch sagen, damals wurde er durchgeschleppt und hat es dann auch zurückgezahlt. Also der hatte dann irgendwie fünf Spiele, so ein richtiges Loch und vielleicht braucht er das, vielleicht müssen wir jetzt noch zwei, drei Gacinovic-Spiele fressen und dafür schießt er uns dann in Rom auf Platz eins. Könnte ich echt gut mitleben. Was wäre denn euer Tipp für Freitag? Basti hat schon einen vorgelegt, du sagst eins zu zwei. Ja, ich sage 2-0 für die Eintracht halt. Bleibt dabei. Dennis? Ich tippe sogar 3-0 für die Eintracht. Oder nee, mach 3-1, mach 3-1 bitte, danke. Stimmt, weil Trapp steht ja am Tor. Ja, genau. Schwere Kiste. Ich würde auch sagen ein 2-1 für die Eintracht. Stuttgart wird schon unangenehm. Aber die Punkte müssen wir mitnehmen. Unbedingt. Allein schon, um die da unten irgendwie noch weiter reinzutreten. Nein, das sind die Mannschaften, wo ich auch die Punkte unbedingt haben möchte, denn die Mannschaft ist eigentlich am Boden. Länderspielpause. Die kommt direkt danach schon wieder, ne? Ja, das ist immer geil. Mit Sieg, Länderspielpause hast du deine Ruhe. Genau, dann kommt Stuttgart. Na gut, nach. Dann kommt noch Lehmers-Holl und Schalke und dann kommt die Länderspielpause. Ach so, ja. Gut, stimmt. Ich habe Schalke vergessen, weil ich da nicht da bin. Ja. Ist aber trotzdem, auch wenn du nicht da bist. Ja, Schalke, das sind jetzt echt zwei unangenehmige Gegner, weil die zumindest hochmotiviert, bei aller Angst, die die in sich tragen, hochmotiviert kommen werden. Bei Schalke läuft ja auch noch nicht alles komplett rund und das wären zwei interessante Spieler. Wenn wir aus den zwei Spielen vier Punkte tun, wäre es schon echt geil. Auf jeden Fall. Und ich denke, das sind zwei spannende Spiele, aber wenn wir jetzt gewisse Eventualitäten rausrechnen, auch machbare Spiele. Und das sollte dir Eintrad einfach irgendwie, ja, wenn es keine sechs Punkte sind, vier nehme ich auch. Grüße. Kann man auch mitleben. So, und dann müssen wir langsam mal noch über Menschen sprechen, die komische Dinge die Woche gesagt haben. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, und dann müssen wir natürlich jetzt erst mal auflösen, wer denn die letzte Woche gewonnen hat. Und noch mal zur Erinnerung, wir hatten dort einmal diese Deppen, die meinten, sie müssten da irgendwelche Düsseldorf-Fans nach dem 7-1 noch vermöbeln. dann hatten Sky, die den Mainzer Trainer nach was wollten sie als Kind gerne werden gefragt haben. Dann hatten wir noch, lass mich gerade gucken, Mats Hummels für sein Stapfen durch die Mixzone und den Insolvenzverwalter des Chemnitzer FC und gewonnen mit 45,8 Prozent haben die Deppen, die meinen, sie müssen da noch irgendwelche gegnerischen Fans vermöbeln. Herzlichen Glückwunsch. Ist jetzt so ein bisschen, hat sich jetzt so ein bisschen eingebürgelt, da muss man echt mal aufpassen. Also keine Ahnung, das ist das zweite, dritte Mal, dass bei den gegnerischen Fans sowas, oder mit den gegnerischen Fans sowas passiert. Ja, keine Ahnung, also da hoffe ich sehr, dass das jetzt langsam mal Schluss ist, weil das macht die ganze Situation echt nicht besser. Nee. Wie man ja gemerkt hat. Nee, vor allen Dingen gibt's ja, damit kommen wir so ein bisschen zu den Dummschwätzern dieser Woche, gibt denen natürlich dann auch immer wieder neues Futter, sich mit ihren Aussagen da nach vorne zu dringen. Der erste Nominierte, der sowohl von Sambrine als auch von Ricky SGI nominiert wurde, ist jemand, der auch bei 3,90 schon lang und breit diskutiert, diskutiert wurde. Ich glaube, Basti weiß ja schon, auf wen ich daraus hinaus will, und zwar den Herrn Öhlmeier, der in einem länglichen Beitrag bei der Deutschen Welle war es, glaube ich, Stellung bezogen oder einen Text geschrieben hat zu den Ausschreitungen der Hertha-Fans im Dortmunder Fangäste-Blog und unter anderem fordert, dass man härter durchgreift, unter anderem auch wenn Bengalos im Block gezündet werden, sofort mit dem Wasserwerfer draufhalten. Ja, das war ja noch, Wasserwerfer ist ja sogar fast für seine Verhältnisse eine harmlosere Formulierung. Er hat den Ultras ja unterstellt, dass sie eine Fanscharie einführen wollen und er hat von Blutrache gesprochen. Ja, also dieser Kommentar ist so fernab von allem. Ja, ja, aber mich hat der Punkt mit dem Wasserwerfer mich am meisten gestört, weil auf der Seite regst du dich über Gewalt auf und auf der anderen willst du mit etwas, was jetzt auch nicht gerade so ungewalttätig ist, da halt irgendwie reingehen, weil so ein Wasserwerfer ist halt jetzt auch keine Wasserpistole. Also, ich finde es sehr unnötig, aber er scheint ja auch durchaus andere Beiträge in ähnlicher Richtung geschrieben zu haben. Das ist ja nicht das erste Mal, dass er damit auftaucht. Und damit kommen wir zu dem zweiten Dummschwätzer der Woche, nominiert von at79-th- Patrick und dem EFC Appleboyer und zwar unser Freund Dietmar Hopp, der Angst davor hat, dass die Ultras demnächst hier an die Macht kommen. Ich weiß nicht, ich denke immer, wir reden ja ja oft darüber, ich hoffe immer, dass irgendwann mal Dampf aus der Debatte gelassen wird, aber es wird immer nur noch mehr Dampf reingeblasen und dieser Dampf wird auch immer schimmliger. Also, Leute, 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 was ist denn mit dem Dietmar Hopp überhaupt? Was hat er denn? Er hat Angst, dass die Ultras die Macht übernehmen. Kann man bitte noch unklarer bleiben? Viel unklarer bleibt sonst nur der Marvin in seinen Aussagen. Das war ein kleiner Insider vom letzten Spiel. Aber übrigens nicht so gegenüber Nürnberg, da habe ich jetzt wieder ein bisschen Heat bekommen, weil ich mal keinen Bock auf Nürnberg hatte. Tut mir leid, liebe Leute, aber es ist halt irgendwie realistisch, dass man nicht alle Vereine immer total geil finden kann. Und wer das nicht abkannt, keine Ahnung, muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Aber naja, wie das halt so ist, Grüße auf jeden Fall. Ich glaube, die Fans aus Nürnberg können das schon ab, solltest nur bei der nächsten Auswärtsfahrt da runter ein bisschen aufpassen. Aber um auf Hopp zurückzukommen, was soll das? Was soll diese Aussage? Ultras übernehmen, die macht welche Ultras? Welche Ultras, die macht übernehmen, dann gute Nachricht. Bundestag oder was? Oder wo? Da sind andere Deppen unterwegs. Nein, aber ich weiß nicht, was der will. Das Problem ist halt, das Gefährliche ist tatsächlich, dass solche Aussagen und auch diese Sachen, dieses ganze Scheiß, der jetzt rumgeht, diese völlige Überhitzung dazu führen, dass ganz normale Leute sagen, wenn ich denen sage, ich bin voll traurig, dass wir nur 5800 Karten für rumkriegen, mir dann sagen, da seid ihr doch sehr beschuldet, die Assis. Also weißt du, das ist schon, Ultras werden tatsächlich unter einem Deckmantel betrachtet. Das heißt, wenn in Berliner Ultras irgendwelche Sachen in Dortmund machen, kriege ich das irgendwo auf Brot geschmiert an einem ganz anderen Zusammenhang. Und das passiert ja mit solchen Aussagen auch, die Ultras wollen die Macht übernehmen. Ich glaube nicht, dass Dortmunder Ultras und Frankfurter Ultras irgendwie was zusammen haben wollen, miteinander zu tun haben wollen, auch keine Macht. Also das ist, ich verstehe nicht, dass da keine Differenzierung stattfindet und das, dieses Framing, was der wirklich tatsächlich macht, das geht mir langsam richtig auf den Sack, weil das hört gar nicht mehr auf. Also das hört ja, das wird ja nur noch schlimmer. Jede Woche taucht irgendwas auf, Solidaritätsbekundung soll es geben, dann soll es dies geben, das geben. Langsam wird mir das ein bisschen zu viel, weil die diese ganze Debatte so sehr aufweichen wollen und so sehr Steine hacken, dass die jetzt wieder schreiben können und gewartet haben wahrscheinlich sogar schon drauf, ja jetzt können wir die Kollektivstrafen wieder einführen, jetzt müssen wir das wieder machen. Also das ist so ein Zyklus, wo du denkst, ja Leute, da habt ihr doch eh nur drauf gewartet. Ja. Das führt uns automatisch zu unserem dritten Nominierten, dem muss ich jetzt, weil es passt, Alfred Traxler, der heute mal wieder Kollektivstrafen, Abschaffung von Stehplätzen und Minderung von Gästekontingent gefordert hat. Tada! Ich habe auch schon gehört, dass wir in Deutschland auch bald einen Fan-Ausweis haben sollen, wie in Italien und so, weil es alles jetzt so schlimm ist. Es nervt einfach nur noch, Leute. Also ganz ehrlich, das ist natürlich ein Problem, ich will es auch gar nicht verhabenlosen, was da passiert ist mit den Berlin-Fans. Aber was sind das denn für, was sind das denn für Reaktionen, zu denken, okay, dann füllen wir das und das und das ein. Also, ich weiß nicht, ich finde es blöd. Und da finde ich, das kann man jetzt im Nachgang auch durchaus mal erwähnen, das hatte hier SGE 1982 auch gerade im Chat geschrieben, ich habe keine Angst davor, wenn Ultras irgendwie hier mehr an die Macht kommen, wenn diese scheiß AfD mehr Zulauf bekommt, davor habe ich richtig Schiss. Ja, warum sagt der Hopp eigentlich dazu nichts? Ja, das wäre halt auch blöd. Den dritten Nominierten hatten wir gerade eben auch schon. Dann haben wir hier noch drinstehen den Herrn Rangnick. Ich weiß nicht, wer von euch das da schon mal vorsorglich reingeschrieben hat, damit das nicht vergisst. Ich war das. Du warst das. Ich war mein spezieller Vor- und Ralf. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass er in Richtung Hoffenheim gestichelt hat. Was die Zuschauerzahlen betrifft, weil das Spiel Leipzig gegen Hoffenheim, das Fernsehspiel übrigens, Grüße, irgendwie nur 20.000 Karten verkauft worden sind bei Leipzig zu Hause. Und er hat das dann auf seinen Ex-Arbeitgeber Hoffenheim geschoben, weil er gesagt hat, ja okay, Hoffenheim ist auch nicht der attraktivste Gegner. Da ist auch so fernab der Typ. Der ist fernab, der ist irgendwann auch falsch abgebogen, weil Leipzig ist auch kein attraktiver Gegner. Leipzig bringt auch nicht viele Auswärtsfans mit und Leipzig zieht auch keine Zuschauer. Das kann der, das rechtfertigt er sich jede Woche auf andere Weise. In dem Artikel, den er oder in den Aussagen, die er getroffen hat, wurde dann auch noch angeführt, ja A, das Spiel kommt natürlich auch im Fernsehen, da geht nicht jeder ins Stadion, B, das ist abends, C, es ist kalt und D, die Leute haben nicht so viel Geld. Wo ich mir denke, Freikarten sind nicht so teuer. Grüße bitte nach Leipzig. Um Gottes Willen, Leute, eigentlich müssen wir diese Kategorie eigentlich abschaffen, weil ich will mich damit gar nicht mehr beschäftigen. Das bringt doch alles nichts. Das bringt doch alles nichts. Nee, also Ralf Rangnick ist ja auch keiner, wo du denkst, okay, das ist irgendwie, es gibt ja Diskussionen mit Leuten, die du führst, wo du das Gefühl hast, okay, vielleicht kann man sich irgendwann we agree to disagree zumindest zu sagen. Aber bei ihm, mit dem willst du ja nicht mal mehr reden. Also das ist ja so fernab, diese Position, da muss man sich wahrscheinlich einfach nur ignorieren am besten. Ralle. Ralle. Dann hattest du vorhin ja noch Eindruck eine Kulisse, da wird dir die ARD sich freuen. Genau, du hattest ja vorhin noch gesagt, du möchtest noch eine Erklärung abgeben zu dem Nee, das habe ich verschoben, das habe ich jetzt quasi mit Ralf Rangnick abgefrühstückt. Achso. Macht mal mal Pause. Ja, ja, also reingegeben, keine Ahnung, ich finde, es bildet alles nur noch ein merkwürdiges Bild ab, was in der Bundesliga teilweise passiert, aber mittlerweile konzentriere ich mich eher auf die positiven Dinge und deswegen haben wir auch so eine kleine Minikategorie und zwar die gute Teil der Woche und da finde ich es viel besser, dass es Eintracht-Fans geschafft haben, also ich lese es mal vor, doppelter Sieg, erfolgreiche Reanimation in der Commerzbank-Arena, deutsches Rotes Kreuz hat es geschrieben und zwar war das unmittelbar nach dem Spiel gegen Limassol, dass durch das beherzte Eingreifen von anderen Fans wieder Belebungsmaßnahmen ergriffen werden konnten bei einem Spiel, der, ich glaube, irgendwie so ein Herzproblem hatte und jetzt geht es allen wieder gut, also es ist auch eine feine Angelegenheit, super Sache, dass da Fans so schnell dabei waren, um die Situation zu lösen, dass es allen Leuten wieder gut geht, das ist für mich die gute Tat der Woche und vielleicht sollten wir uns einfach immer mehr an solchen Sachen festhalten und gar nicht was für komische Vögel überall herum wursteln, natürlich ist das komplett absurd, wenn ich mir angucke, was der Hopp sagt, aber das ist so undifferenziert, warum, da brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten, das Problem ist, vielleicht sollten wir uns auch generell eigentlich gar nicht mehr darüber unterhalten, denn, was bringt es, ja, im Endeffekt transportieren wir nur diese undifferenzierte Meinung, die den Hopp äußert, weiter, also das heißt, sie erneut, ja, sie bekommt vielleicht Aufmerksamkeit von Leuten, die das vorher gar nicht mitbekommen haben und dann ist ja auch niemandem mitgeholfen, vielleicht sollten wir uns echt vielleicht ein bisschen mehr darauf konzentrieren, was Leute alles richtig machen, wie die Eintracht-Fans, die die Choreo so herausragend gemacht haben, wie andere Fans, sei es jetzt von der Eintracht oder woanders, die sich dafür einsetzen, dass Dinge funktionieren in der Gesellschaft oder jetzt hier bei dem Spiel gegen Limassol, wo jemand, ein Fan, auch erfolgreich reanimiert werden konnte, das sind doch die Dinge, wofür es sich lohnt, mal das ein oder andere Wort zu verlieren. Auf jeden Fall, sehr gute Sache. Ja, fand ich auch, da hatte uns auch ein Hörer die Woche schon darauf aufmerksam gemacht, das fand ich echt eine sehr wichtige Tat. Toll wäre auch, wenn wir für die gute Tat der Woche ein schönes Intro hätten. Ja, fühlt euch da draußen angesprochen, wenn ihr kreativ seid und uns ein kleines Intro für dieses Segment basteln wollen, dann immer her damit. Jetzt kommen wir zu der nächsten Kategorie, die ebenfalls keinen Jingle hat und zwar die Empfehlungen. Da hatte uns der Jannik im Chat gerade eben noch eine Empfehlung geschrieben und zwar gibt es morgen auf der Zone wieder die Goalzone und zwar unter anderem mit Real, Barca, West Ham, Arsenal und Tottenham. Das könnte eine sehr gute Kombination sein. Also für den einen oder anderen, der der Zone hat, der könnte da mal reinklicken. Ich fand diese Goalzone eigentlich auch in den letzten Wochen, wenn ich sie gesehen habe, recht sympathisch. Ist ein bisschen schicker gemacht als hier die Konferenz auf Sky. Ich finde, die kriegen das so ein bisschen angenehmer hin. So, dann haben wir noch, was haben wir noch an Empfehlungen? Ich habe noch eine Empfehlung und zwar für die Leute, die leider auch nachts schlecht schlafen können oder irgendwie noch ein bisschen Fernsehen schauen wollen, ein bisschen Fußball gucken wollen und zwar die Major League Soccer Playoffs sind glaube ich ab übermorgen, also Donnerstag Nacht sozusagen, von Mittwoch auf Donnerstag Nacht Null Uhr fängt es glaube ich an, kann man sich ein bisschen Fußball angucken, New York City müsste spielen und Philadelphia, also wer Lust hat, Major League Soccer Playoffs ab Donnerstag. Ich habe jetzt gedacht, der Dennis löst meine Schlafprobleme, als er gesagt hat, für Leute, die auch nicht schlafen können, habe ich ja ein Präparat entwickelt. Ja, das kommt, das kommt. Sehr gut. Vollspot-Player, wenn ich es noch nicht gesagt habe. Ja, vielleicht sind die Spiele ja so langweilig, dass du automatisch einschläfst. Weißt du ja nicht? Ja, richtig, richtig, richtig. Könnte auch sein. Da schaue ich mir Breaking Bad an. Also bei Breaking Bad bin ich nie eingeschlafen. Ich mehrfach. Leider, wenn ich den Namen ausbreche. Keine Grüße. Keine Grüße. Walter White. Habt ihr sonst noch Dinge, die ihr empfehlen wollen würdet? Außer den üblichen Empfehlungen, wie die aktuelle Fußball 2000, die ein bisschen zu knapp vor unserer Aufnahme hier rauskam und ich sie deswegen noch nicht zu Ende gucken konnte? oder die aktuelle Folge 93, was ja quasi Dauerempfehlungen von uns sind? Ja, das ist auf jeden Fall Fußball 2000, auf jeden Fall bis zum Ende gucken. Lohnt sich. Ansonsten kann ich nur sagen, ich habe jetzt den WWE Evolution Pay-Per-View gesehen und das ist der Frauen-Pay-Per-View, also nur Frauenwrestler und jemand oder die Leute, die sowieso Interesse haben an Wrestling generell, den kann ich das nur empfehlen, denn es ist ein sehr, sehr gut produzierter Pay-Per-View, man hat alles rausgehauen, alles rausgehauen, Hashtag alles rausgehauen auf jeden Fall, um das Frauenwrestling gut darzustellen, meine, meine, ja, Warte, Match Charlotte gegen Becky Lynch absolut herausragend, das ist ein ganz, ganz großes Kino gewesen, also, wenn ihr Interesse habt, schaut da mal rein oder wenn ihr mit Frauenwrestling ein bisschen fremdet, ist das trotzdem ein Pay-Per-View, den ihr euch mal angucken könnt. Ja, ich muss sagen, ich war teilweise sehr emotional mitgenommen. Ja, war nicht schlecht, ich habe nur die Highlights gesehen, gibt es, glaube ich, in voller Länge, auch nach wie vor nur im BWN Network, nehme ich an. Aber ansonsten mal auf YouTube gucken, da gibt es immer so ein paar Highlight-Szenen, wenn man sagt, okay, ich würde es mir gerne mal angucken, aber vielleicht nicht das ganze Ding, dann fangt man mit so Highlight-Szenen an, vielleicht ist das auch kein schlechter Einstieg. War aber zumindest, was ich so mitbekommen habe, durchaus gut. Red Dead Redemption ist, glaube ich, auch raus, oder? Das zweite Teil, Red Dead Redemption, der zweite Teil, ist raus, ich habe ihn hier liegen, ich habe ihn noch nicht gespielt. Ich auch nicht, ich komme auch nicht dazu, ich würde gerne wieder 16 sein, das denke ich mir, ich habe so viele Sachen rumliegen, die ich gerne machen würde, aber irgendwie hat man keine Zeit mehr. Ja, vor allen Dingen musst du ja hier auch quasi Doppelzeit einplanen, weil das Erste, was ich gesehen habe, war auf Twitter jede Menge Bilder von Leuten, die am Vortag irgendwie 100 Gigabyte runtergeladen haben, um dann am Releasetag erstmal ein Patch mit 92 Gigabyte überladen zu müssen. Und diese Download-Geschwindigkeiten in dem Playstation-Store sind jetzt auch nicht die geilsten, ja? Gerade wahrscheinlich zu so Release-Zeiten nicht. Generell sind die schon irgendwie nicht, aber ich hätte nur irgendwie das Bild auch von Yalcin gesehen, das Ding wird ja auch auf zwei Blu-Rays ausgeliefert und dann darfst du ja nur noch irgendwie vier Stunden warten, um die 92 Gigabyte da durch die Leitung zu ziehen. Joa, also wer es am Wochenende spielen will und schon zu Hause liegen hat, vielleicht heute schon mal die CDs in die Büchse schmeißen und die Updates ziehen, damit er vielleicht irgendwie Samstagmittag Zeit hat, da irgendwie einzusteigen. Naja, ich guck mal, das ist spätestens für die Weihnachtsfeiertage was für mich. Ja, irgendwann schaff ich's auch nochmal, ich hab jetzt auch WWE 2000, 2K, 19. Siehst du, das ist das Nächste, was ich auch noch gar nicht erwarten habe. den skipp ich, ich bin bei 2K18 schon nicht weitergekommen. Und da muss ich aber sagen, also ich hab's jetzt ein bisschen angespielt und find's echt besser, als ich glaub, ich hatte zuletzt 2,17. Lass mich überlegen, 2,17. 2,18, oder? Ich weiß es nicht, wie es kann sein, dass ich 2,18 hatte und kaum gespielt hatte. Ich will darüber nicht mehr reden. Das war schlecht von der Steuerung, das 2,18, ne? Genau, und das 2,19, der gefällt mir extrem gut. Also natürlich wieder so ein paar weirde Graphics und alles, aber an sich gefällt's mir ganz gut. Ich bin sehr zufrieden, aber wie oft hab ich's gespielt? Insgesamt vielleicht zwei Stunden? Ja, das nervt ja. Ja, kann man halt noch nicht wirklich viel sagen. Ach, das ist einfach auch frustrierend. Riecht Zeit. Naja, egal. Ja, das ist halt schwierig. Wer aber trotzdem Zeit hat, ich empfehle noch die zweite Staffel von Making a Murderer. Okay. Bei Netflix jetzt draußen. Mhm. Ich hab noch nicht das ist schön. Du kannst nicht was dazu sagen. Da braucht man starke Nerven, also um das zu schauen. Echt? Ich kann das nicht so gut schauen. Wenn ich diesen Startanwalt dann sehe von früher, da werde ich wahnsinnig. Ja, aber gut. Ja, ich hab noch nicht mal die erste Staffel gesehen, weil ich einfach auch noch zu viel auf meiner Watchlist habe, wo ich einfach nicht hinterherkomme. Free Brandon Dessie. Grüße. Leute, die es gesehen haben, werden verstehen, was das bedeutet. Ich bin echt schockiert, was da passiert ist. Insider, da komm ich nicht mit, da kannst du mich nicht betriggern. Total. Ich bin sehr schockiert. Triffst bei mir auf total weißes Feld. Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Also ich hab von mehreren Leuten die Serie schon empfohlen bekommen. Ich bin noch kein Stück dazu gekommen. Sie steht nach wie vor noch auf meiner Watchlist. Da ist einfach so viel gerade drauf. Bin ich gespannt. Können wir eine Sondersendung dazu machen? Wenn ihr das alle gesehen habt. Ein Themenpodcast? Ja, ein Rage-Podcast über die Ungerechtigkeiten und Merkwürdigkeiten in diesem Fall. Das können wir machen und danach reden wir über Breaking Bad. Über alle Staffeln. Im Detail. Breaking Bad ist die überschätzteste Serie aller Zeiten. Ja, da gibt's auch noch andere. Keine Größe. Da gibt's andere. Nun gut. Ich glaub, das ist so ein Thema, wo wir jetzt nicht weiter hinkommen. Wir haben eine lange Liste von Empfehlungen. Wir haben eine gewisse Liste von Dummschwitzern, wo ihr abstimmen könnt. Sorry, jetzt zu mir bei Serien. Das hau ich jetzt auch noch raus. Das ist eine absolute Empfehlung. Das ist die Master-Empfehlung des Jahres. Die neue Staffel von Larry Davids Curb Your Enthusiasm ist bei Sky jetzt verfügbar. Bei Sky? Nach sein fällt die beste Serie aller Zeiten. Wie heißt die? Curb Your Enthusiasm. In Deutsch haben sie natürlich wieder so einen tollen Titel gewählt. Lass es Larry, meine Güte. Ich will gerne mal wissen, wer sich immer diese deutschen Übersetzungen ausdenkt. Ja, deutsche Übersetzungen kannst du nicht haben und in vielen Fällen auch einfach keine deutsche Synchro. Es geht halt gerade gar nicht. Alles klar. True that. Nehme ich mit auf. Auf Sky. Das tut mir ja schon fast ein bisschen weh. Aber nun gut. Pretty, pretty good. Gut, wenn du das sagst. Ich vertraue dir da mal. Von Fußballspielen hast du ja weniger Ahnung, aber da vertraue ich dir jetzt mal. So, jetzt machen wir aber endgültig den Sack zu. Wir kündigen schon mal an. Es wird für die nächste Woche eine geänderte Aufnahmezeit. Eine geänderte Wagenreihe. Eine geänderte. Ihre Sitzplatzreservierung entfallen leider. Ihr Ticket behält die Gültigkeit. Anschlusszüge verspäten sich um mindestens 15 Minuten. Nein. Wir werden nicht Dienstag und nicht Montag aufnehmen können. Aktuell, der Plan sieht vor, dass wir schon am Sonntag aufnehmen. Also wer live zuhören will, mal auf die Seite gucken. Genauer Termin, Link und so weiter. Packen wir dann dahin, weil Teile von uns natürlich die nächste Woche auf dem Weg nach Zypern sind. Die Menschen, die nicht irgendwie einer Erwerbstätigkeit nachkommen müssen. Von daher müssen wir das so ein bisschen anpassen und dann geht es aber nach Zypern wieder ganz normal weiter. Ja, so. Bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche. Viel Spaß am Freitag in Stuttgart, wenn ihr da hinfahren solltet. Und ansonsten melden wir uns am Sonntag vermutlich in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin. Macht's gut. Hey, 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 dascaster Amann vor. Hey, 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 dascaster Amann vor. Hey, hey, es kann man von Hey, 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 hey Untertitelung des ZDF, 2020